Hallo, viele Grüße von der Ausstellung Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß in der D2-Galerie in Kassel. Liebe Grüße. Ja, das Wiederholen. Das war schon Schwarz-Weiß, aber grundsätzlich eigentlich auch nicht Farbe. Aber das ist in eine Richtung. Und jetzt hier habe ich einfach überlegt, weil ich meistens sage ich nicht mal an. Ja, ich kenne jetzt so, also zum Beispiel Sandler. Oh, das war alles. Ich habe einfach versucht, wie komme ich jetzt wieder mit dem Pinsel klar? Wie kann ich den Pinsel einsetzen? Ja. Und es hat funktioniert. Ja. Irgendwie ist es... Also das sind wirklich, das sind wirklich alles einzelne Striche. Ja. Die sind entstanden auf dem Tablet und wie auf einem Blatt Papier mit einem Bleistift. In dem Fall aber einfach digital. Der Vorteil beim Digital ist, man kann eben mal zoomen, man kann mal Details ausarbeiten. Aber ansonsten, die Formen, da guckt man alles schon auch irgendwie, genau wie auf einem Blatt Papier. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020